Und bei uns im Studio darf ich Ihnen den Klimaexperten und Nanoredakteur Lorenz Beckert vorstellen. Lorenz, die Wissenschaftler haben schon so häufig gewarnt und zum Handeln aufgefordert. Was ist denn diesmal eigentlich anders? Diesmal war der Ton deutlich weniger alarmistisch beim Weltklimarat in Berlin. Gestern, als der letzte Teil des Sachstandsberichts vorgestellt wurde, also weniger diese 5 vor 12 Rhetorik, sondern ich habe mehr den Eindruck, der Weltklimarat weiß genau wie der Rest der Menschheit auch. Wir haben einen Klimawandel, der Weltklimarat wird den wissenschaftlich weiter begleiten und wird uns an jedem Punkt dieser Strecke sagen, was wir tun könnten, um es etwas billiger zu haben am Ende des Jahrhunderts oder was eben auch teurer wird. Aber die Entscheidung treffen die Menschen und die Politik. Das große Ziel war ja immer noch, diese 2-Grad-Erwärmung einzuhalten, also es nicht wärmer werden zu lassen. Glaubt irgendjemand noch ernsthaft, dass das zu schaffen ist? Also der Bericht sagt natürlich, dass es zu schaffen ist, aber er sagt natürlich auch gleichzeitig, wenn dann nur durch einen sofortigen Ausstieg aus den fossilen Energien, besonders aus der Kohle, raus aus der Kohle sofort. Und dann ist es, wie im Film ja auch schon gesehen, mit relativ wenig Abstrichen am Wachstum auch machbar. Also es kostet keinen Wohlstand. Aber insgesamt muss man schon sagen, das wird ja nicht passieren. Das wird die Politik ja nicht machen. Die globale Politik schon gar nicht. Deswegen werden wir uns eher auf das, was auch im Bericht drinsteht, auf 3 bis 4 Grad Erwärmung zum Ende des Jahrhunderts einstellen müssen. Und dann muss die Menschheit, besonders zukünftige Generationen sehen, wie sie damit zurechtkommen. Wie sieht die Welt aus, wenn es 4 Grad wärmer ist? Dann werden wir hier in Deutschland sicherlich auch eine andere Flora und Fauna haben. Aber wir werden uns in einer anderen Art zu wohnen und mit anderen Verkehrsbedingungen und einer anderen Art von Stromerzeugung, glaube ich, auch in einer 4-Grad-Welt noch wohlfühlen können. Da gehe ich von aus. Aber wir müssen uns darauf einstellen, dass dann die Flüchtlinge aus Afrika und aus Asien nicht mehr mit kleinen Booten übers Mittelmeer kommen und man sie irgendwo in Lampedusa vielleicht festhalten kann, sondern dann werden Millionen kommen, weil es in den Ländern dann möglicherweise nicht mehr möglich ist, in diesen Regionen zu überleben. Und damit werden sich zukünftige Generationen, wahrscheinlich schon Menschen, die heute leben schon, damit auseinandersetzen. Denn das kann in 20, 30 Jahren schon eskalieren. Also es geht um ein friedliches Zusammenleben letztendlich auf unserem Planeten. Je mehr wir heute tun, umso weniger müssen wir in der Zukunft tun, um CO2 zu sparen und nicht so stark in die Atmosphäre zu entlassen. Man redet ja häufig auch davon, dass CO2 wieder aus der Atmosphäre gefischt werden soll. Kann sowas tatsächlich funktionieren? Es ist eigentlich ganz klar, dass wenn man dieses 2-Grad-Ziel überhaupt noch erreichen will, wahrscheinlich ist das bei den 3 Grad ähnlich, dann muss man CO2 spätestens in 20, 30 Jahren bereits aus der Atmosphäre wieder rausholen. Das, was wir jetzt schon reingeblasen haben, ist bereits schon zu viel. Die einzige Möglichkeit, die halbwegs effektiv ist, ist Aufforstung, großflächig wirklich Aufforstung. Und dann das CO2, was man dann verbrennt, wenn man das zum Beispiel als Biomasse einsetzt, das dann in die Erde zu verbringen. Das ist alles noch sehr riskant und wackelig. Und auch das wird ja massive Konflikte mit sich bringen, weil die Flächen, auf denen dieser Wald mal wachsen soll, da ist heute Landwirtschaft drauf. Da geht es um Ernährung. Die zentrale Klimaschutzmaßnahme in Europa war ja die Entwicklung von Emissionszertifikaten. Also ich pumpe CO2 in die Atmosphäre und das kostet mich was. Letztendlich funktioniert diese Maßnahme bei uns aber überhaupt nicht. Gibt es irgendwelche neuen Ideen, um dieses System zu retten? Ja, eine Alternative zu diesem Zertifikatehandel wäre ganz einfach eine CO2-Steuer. Also letztlich eine verschärfte Fortschreibung dessen, was wir schon als Ökosteuer kennen. Grundprinzip muss überhaupt in der Klimapolitik sein, dass CO2 einen Preis bekommt. Und das könnte man sehr gut mit einer Steuer machen. Da gibt es ganz intelligente Modelle, zum Beispiel, dass die Steuer jedes Jahr immer nur so viel steigt, wie im Land sozusagen die Energieeffizienz auch gleichzeitig voranschreitet. Und das heißt, wer sich da immer im Durchschnitt befindet, zum Beispiel als Industrieproduzent, der zahlt jedes Jahr die gleichen Steuern. Und das kann man relativ gut planen. Das ist eine sinnvolle Maßnahme. Aber eigentlich müsste da natürlich weltweit alle mitmachen. Richtig. Also zumindest müsste man das innerhalb der EU erstmal durchsetzen. Ein Alleingang von Deutschland macht keinen Sinn und ist auch politisch nicht durchsetzbar. Ist denn jetzt eigentlich das alles pure Wahrheit, was in diesem IPCC-Bericht steht? Ist das wirklich das, was die Forscher herausgefunden haben, unabhängig? Oder steckt da doch eine Einflussnahme von Seiten der Politik oder anderer Seiten drin? Wenn wir jetzt den Originalbericht nehmen, dieses letzten Teils, der ist 2000 Seiten dick und den hat außer den Wissenschaftlern niemand gelesen. Da ist die pure Wahrheit drin. Das ist wirklich reine Wissenschaft. Aber das Summary, also die Zusammenfassung für die politisch Handelnden, das, was gestern rausgegeben wurde, 33 Seiten, auch eng beschrieben, englisch und sehr technisch und kompliziert, da hat schon die Politik Einfluss genommen, da fehlen dann schon ein paar Hinweise. Also die Schwellenländer haben zum Beispiel darauf gedrängt, dass eine Grafik verschwindet, die zeigt, dass in China und in Brasilien der CO2-Emissionstrends für die nächsten Jahre steil nach oben geht. Und das wollten sie in keinem Fall. Wir finden viele interessante Informationen, aber nirgendwo steht drin, wo pro Kopf wie viel CO2 emittiert wird. Das steht nur in diesem Originalbericht und das wird keiner lesen. Das wird schon für die Verhandlungen vorgebaut. Vielen Dank für das Gespräch, Lorenz Beckert.